Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Es ist soweit, Windows 11 24 K2 ist offiziell verfügbar. Die Verfügbarkeit über Windows Update kann sich allerdings noch ein wenig hinziehen, da Microsoft, wie immer, das Update erst nach und nach freigibt. Wann es also bei euch direkt im Windows Update erscheint, lässt sich nicht vorhersagen. Für alle, die nicht warten möchten, Microsoft hat außerdem die offiziellen ISO-Dateien bereitgestellt und es lässt sich auch ein Installationsmedium über das Media Creation Tool erstellen. Die üblichen Wege also. In diesem Video schauen wir uns an, wie man Windows 11 24 K2 mithilfe der ISO-Datei in Form eines In-Place-Upgrades schnell und einfach installiert. Beachtet, dass Windows 11 in der Version 24 K2 gesteigerte Hardwareanforderungen hat. Hiermit meine ich die Änderungen bezüglich POP-CNT, also POP-Count, und SSE 4.2. Solltet ihr also eine ältere CPU verbaut haben, vor etwa 2012, solltet ihr auf jeden Fall prüfen, ob eure CPU diese beiden Funktionen unterstützt, bevor ihr mit einem der bekannten Tricks die Hardwareprüfung umgeht. Also gut, beginnen wir direkt mit dem Download. Wir starten den Browser unserer Wahl und rufen die folgende Seite auf. Hier scrollen wir nun nach unten bis zum Abschnitt Windows 11 Laufwerk-Image für X64-Geräte herunterladen und wählen Windows 11 Multi-Edition ISO für X64-Geräte aus. Anschließend klicken wir auf Jetzt herunterladen. Nach einem kurzen Moment müssen wir die Produktsprache auswählen. Achtet hier darauf, dass ihr die gleiche Sprache auswählt wie die, die ihr gerade nutzt. In meinem Fall ist das Deutsch. Jetzt klicken wir auf Bestätigen und bekommen kurze Zeit später den Download angeboten. Jetzt noch auf 64-Bit Download klicken und warten bis der Download abgeschlossen ist. Nachdem die ISO-Datei heruntergeladen wurde, öffnen wir den Download-Ordner und klicken die ISO-Datei mit der rechten Maustaste an. Hier wählen wir jetzt Bereitstellen. Falls Bereitstellen bei euch nicht verfügbar ist – das liegt meist daran, dass ein anderes Programm die Dateiendung ISO für sich beansprucht hat – dann könnt ihr alternativ auf Öffnen mit zeigen und hier dann Windows Explorer auswählen. Beides hat die gleiche Wirkung. Die ISO-Datei wird nun bereitgestellt. Das erkennt man an dem virtuellen DVD-Laufwerk, welches ein Windows 11 Installationsmedium abbildet. Wir haben also jetzt quasi ein Windows 11 24K2 Installationsmedium eingelegt, von dem aus wir das Setup starten können. Zum Starten des Setups klicken wir nun einfach die Datei Setup doppelt an. Die Installation von Windows 11 24K2 startet. Zunächst wird natürlich der PC auf Kompatibilität geprüft. Sollte alles passen, geht es direkt weiter mit den Lizenzbestimmungen. Falls nicht, wie hier zu sehen ist, müsst ihr auf die Installation verzichten oder die Kompatibilitätsprüfung umgehen. Umgehen könnt ihr die Überprüfung beispielsweise, indem ihr das Setup über die Eingabeaufforderung mit dem Schalter Product Surfer startet. Nach dem Bestätigen der Lizenzbestimmungen müssen wir festlegen, wie wir Windows 11 24K2 installieren möchten. Genauer gesagt, ob wir unsere Dateien, Einstellungen und Apps beibehalten möchten. Bei einem solchen In-Place-Upgrade ist das meist der Fall. Stellt also sicher, dass ein Häkchen bei Beibehalten von Dateien, Einstellungen und Apps gesetzt ist, außer natürlich ihr wollt das nicht. Windows sucht jetzt in der Regel noch nach Updates. Das kann eine Weile dauern. Danach sehen wir noch eine Übersichtsseite, die uns zeigt, was nun passiert. Hier können wir auch noch einmal prüfen, ob das Häkchen zum Behalten von Dateien, Einstellungen und Apps auch wirklich gesetzt wurde. Mit einem Klick auf Installieren geht es dann auch endgültig los. Windows 11 24K2 wird installiert. Wie lange das Ganze nun dauert, hängt von eurem PC ab. Der PC wird während der Installation gegebenenfalls einige Male neu gestartet und am Ende landet ihr im Anmeldebildschirm von Windows 11 24K2. Bye. I can't take care, I can't take care. Fertig. Mit dem Tool WinWare könnt ihr Infos über Windows aufrufen und die Installation überprüfen. Was Windows 11 24 K2 an Änderungen mit sich bringt, seht ihr auf dieser Seite hier. Den Link packe ich euch auch in die Videobeschreibung. Kommentiert gerne eure Erfahrungen mit der Installation. Möglicherweise wurde euch das Update ja auch schon über Windows Update direkt angeboten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.